Hallo, ich will euch heute erklären, wie man Manycam, ähm, so ist es downloaded, oder wie es heißt? Also, du musst an deinen Computer gehen, dann musst du ihn anmachen, dann musst du ins Internet gehen, dann musst du, ähm, da hingehen und dann musst du da halt draufdrücken, kommt da so ein kleines Ding, dann musst du draufdrücken, musst es halt ausführen, irgendwie so, und dann, irgendwann, kommt da ein kleines Gassen, hast ein Kästchen, mit der kleinen, trin, mit der kleinen, um, trin, und, ja, wie will ich denn sagen, das mit der Finger, ne, ne, okay, und, ja, wenn ihr es nicht hingekriegt habt, ruft die Polizei oder die Feuerwehr an, oder so, falls es mal brennt, falls es mal brennt, kann eine Feuerwehr ja immer gut sein, und, Und falls ihr es nicht hingekriegt, dann schreibt es einfach auf einem Mail. Schreibt uns einfach einen Kommentar, wenn ihr es nicht versteht, vielleicht hab ich auch nicht gut erklärt, vielleicht wer ist jetzt nochmal im Schnelldurchlauf, geht ins Internet und die Download ist. Tschüss! Tschüss!